Gibt's weiter hoch, Jena? Ja, ja, ich lofe So, weiter da Gibt's ja auch gerade auch immer Na, schon ziemlich Kompliziert gebaut, am hochgehen Oh Ein Stück runter gesegelt Na, ich glaube, das ist die einfachste Art, Renne, mit diesem Mit der Foundation probierst du mal ein bisschen Braucht mal ein bisschen Skill, die muss man ja nicht im Sprung nehmen 2 Kilometer, ja, ja Alter Aber die haben ja wirklich gebaut hier Die klicken ich noch aus, ich kann nicht rollen Ach, du willst ganz hoch auf diese Seite Auf Ditti, meinst du? Ja, vielleicht, ich bin schau Ja, du musst da ran und dann gleich E drücken Warte, Mike, nimm mal hier kurz gleich meine Picke Da oben, die haben anscheinend Metallfelsen hier Wieso sind die Metallfelsen aus? Die eine Region Ja? Ich bin schau Weiß ich mal, ne, ne, ne Bist du ganz hoch in der Hütte, oder was? Ne, ne, ich bin hier Ich guck halt nur gerade, ob ich einen Lichtstrahl sehe Vielleicht Aber ich muss nur die mal unten rein, ich hab jetzt noch Wände mal unten rein gekriegt Ja, aber man kann doch da direkt reinspringen Ey, du kannst sogar an die Wände, du kannst an die Wände sogar das Klobe machen Cool Dann kommst du nicht wieder raus Ey, du kannst an die Wände hochgehen Hier Hier Ja, freilich Ja Da geht's noch die Wände, ich wäre vorsichtig Was, der war schon seine, mein Jung Warte mal Ey, cool Ja, ich sehe das andere aber noch nicht Selbst wenn, du kommst mal nicht von hier her Ey, cool, und dann kommst du hoch, oder was? Ah, scheiße Uff, meine Schiffe Ich glaube, er schaffts auch auch nicht hoch geworden Ja, ich hab nur vielleicht gehofft, weil ich weiß ja, dass das da drüben irgendwo... Das geht schon einmal aus, die Mace da oben, das ging bei Ark nicht, oder? Was? Doch, das ging bei Ark auch, wenn die, wenn unten die Foundations da waren Endlich der Ding? Ja, so konntest du, wenn unten die Foundations standen, und ich weiß ja nicht, ob das Ding da unten Ja, ich hab doch auch riesig hoch gebaut, ich hab das nur mit, nicht mit diesen Leitern hier Also, sobald eine Foundation unten drunter war, konntest du Settings bauen, auch wenn da keine in der Ding stande Nein, wie so? Meine Pickel ist gleich kaputt, also groß klettern können wir nicht, ich hab nur ne zweite bei Also, ne zweetet paar Sind Metall hier, ja, wa? Ja Iridium, ja, wird Metall sein, ne Ameise kommt Iridium ist nicht mehr Metall Noch ist im Metall Ja, jetzt seht ihr jetzt Metall, denk ich mal Gibt hier Ameise Komm her jetzt Schieß hier mit nem Bogen Also, die wieder runter jetzt? Was? Ja, also, ich geh nur noch mal ganz kurz bis hier vor, weil ich will was gucken Nein Dein Geld Vielleicht hier was genauer neu Aber eigentlich passt das wichtig Äh, geh wir wieder runter, oder was drinnen? Ich bin jetzt schon eine Stufe runter wieder Ist schon sehr krass gebaut hier, ne? Sieht ja auch schon cool aus, das Schiff da unten Wo meinst du denn? Hier ist das Wasser leuchtet, meinst du, gell? Hier ist das Wasser leuchtet, gell? Leuchte haben hier was so cool da wo das leuchtet Leuchte haben hier was so cool da wo das leuchtet Wir haben aber auch Lichter an Bord Ja Äh Sind ja die, grad ihr auch zum leuchten habt, einer von euch Irgendwie die zweite runter hier, Cartwright, wisst du das noch? Irgendwie die zweite runter hier, Cartwright, wisst du das noch? Oder wir springen direkt ins Wasser von hier oben Wollen wir ans Wasser springen? Wollen wir ans Wasser springen? Machen Ja Ja Ich hab was hier runter gelaufen Weil mal, äh, ob man so weit springen kann, weiß ich auch nicht Mal runter Wir finden ja gleich heraus, nein man kann nicht so weit springen Der ist der Blatt Ich hab's nicht ganz schön auf unserem Blatt von unten runter gelandet Na, er liegt ganz kugelischild oben drauf Wenn's im Wasser, da nichts passiert, oder? Keine Ahne Weiter, ich spring jetzt weg Geh mal weg Ich mach jetzt mit anders dran Also du weißt, dass du eine Minute nicht raun kannst Ja, wir haben zwei Betten dabei Wowowowowowowowowowowow Ja, wir haben drei ausrechter Ja, man muss halt sehr weit rüberschwimmen und hoffen, dass kein Kroko kommt Und daran habe ich nicht auch nicht gedacht. Das ist schon ein Stück. Deswegen wollten wir auch das Ding hier nehmen. Ich wollte aber meine Sachen, das ist mir egal. Ich wollte auch meine Sachen. Und ab. Meint er rochen? Ne, nicht schnell. Bleiben wir mal nicht so unbedingt an. Also da muss man schon sehr nah dran sein bei denen. Beide kommen immer gut auf dich zu. Bist du schon? Ist die noch eins weiter runter geflogen oder was? Ich bin bis unten auf dem Plateau. Ich bin bis vorne ein Ding. Also eigentlich hätte es nur ein Wassersprung wären können. Aber naja, passiert. Kein Soap drüber schon, korrekt. Da haben wir noch irgendeinen Viech. Löwe? Ja. Mal wissen sie. Direkt unter mir hier, hier unter der Leine. Äh, der Mann da rochen ist hier vorne in den Sturm. Den können wir gleich mal abbauen. Dass sie unbedingt immer ins Land wollen. Ja, wir haben zwei Löwe. Äh, Löwe und Löwe. Das war ja vorhin glaub ich noch nicht mehr. Ach man, brauch ich lange. Äh. Erinner auf mich, meine Sorge. Das soll hier Klobenhafen sein. Für die großen Schiffe wird bestimmt hier anlegen können, ne? Was muss hier unter Wasser sein? Die haben ja hier unten sogar eine Kiste in die Stelle. Mit einer übelsten Foundation. Hat der schon mal hier nach ingekickt? Die werden irgendwo angefangen haben. Die ist offen, die Kiste hier unten ist nicht PIN gecodet. Dann haben die bestimmt oben nicht alle Schränke PIN gecodet. Müsste mal glatt kicken, ne? Ja. Ja. Guck mal kurz, wenn die... Man muss ja jeden Schrank PIN gecodet. Ja, okay, gut. Ja. Löwe lebt noch. Oder hast du den? Vielleicht meine Löwe habe ich dann... Ich meine, Freilöwe... Nein, ja, dann waren... Also kurz zum Perspektivwechsel. Dankeschön, wenn man guckt, wie lange die nicht mehr da waren. Ähm... Warte. 10.000 Singern. Komisch. Steht gar keine Zeit da. Ich denke mal, die waren denn... Ich hab das wieder mit den Waffen nicht kapiert. Ich wollte mir die anderen, das soll dann schießen. Ja, ist bei mir auch immer so, dass ich beide Waffen gar nicht geschossen bekomme. Links und rechts schießen. Ja, links schieß ich und dann lädt er sofort nach. Ja, ich habe die erste Pistole ausgerüstet. Ja, und dann noch zwei. Ja, warte mal, ich muss rechts nicht schießen. Ich muss aber trotzdem mit rechts schießen, weil immer die... Die rechte ist die zweite. Die erste, die ihr ausgerüstet habt, bleibt immer die erste. Also immer die rechte. Also ich musste rechts schießen. Die linke ist dann immer die zweite, die ihr wählt. Gut. Ähm...